Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Videokurs einer Einführung in Hilbertraumtheorie. Ja, ich möchte das kurz mal nutzen und habe mir mal überlegt, wie kann ich euch mal so eine kleine Übersicht machen, bevor wir wirklich inhaltlich mit dem Kurs starten. Und habe mich mal dafür entschieden, meine lang eingerusteten Fähigkeiten und der wunderbaren Präsentationssoftware namens PowerPoint auszupacken. Und ja, dementsprechend gibt es jetzt eine kurze Einführung. Keine Panik, ich knall euch jetzt hier nicht mit Effekten zu. Ich möchte euch einfach nur mal kurz einmal zeigen, was wir hier so machen wollen. Ich möchte so ein paar Sachen dazu sagen, weil Hilbertraumtheorie ist natürlich wieder so ein Oberbegriff, da kann man gefühlte Bücher zuschreiben. Deswegen hier bewusst auch schon mal der Untertitel einer Einführung, damit ihr für euch schon mal einschätzen könnt, ob das vielleicht was für euch ist. Gehen wir jetzt auch mal kurz schon mal so ein bisschen über den Inhalt. Wir werden anfangen, in Kapitel 1 uns erstmal mit Skalarprodukten zu beschäftigen. Denn Hilberträume, das kennen wir ja auch schon aus der GFA, also aus den Grundlagen der Funktionalanalyse, sind ja im Prinzip erstmal nichts anderes als vollständige Räume. Wo die Norm, also Bannerräume, wo die Norm von einem Skalarprodukt induziert wird. Und wir fangen hier einfach mal mit der Begriffsbildung bei Skalarprodukten an. Wir werden dann uns ausgehend von Skalarprodukten so erste sehr elementare Sachen angucken, wie die schwarzische Ungleichung und auch die binomische Formel für Skalarprodukte. Dann werden wir uns erstmal ein paar Beispiele angucken, weil wir kennen schon ganz viele Hilberträume aus den Vorkursen, also aus den vorherigen Kursen. Und wenn insbesondere erstmal so ein bisschen, weil wir wieder mit einem funktionalanalytischen Blick an die Sache rangehen, Skalarprodukte als lineare Funktionaler auffassen. Und dann erstmal da ein bisschen Hand anlegen, dass wir so ein Gefühl für die Thematik kriegen. Dann werden wir sehen, in Hilberträumen gilt die Parallelogrammungleichung und auch nur in Hilberträumen tut es. Und wir werden uns anschauen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wir werden uns die Existenz von Proxima angucken. Was verstehen wir da drunter? Naja, wir können uns ja irgendwie mal vorstellen, wir haben irgendwie so eine Menge m. So, und jetzt möchte ich vor einem Punkt hier mir anschauen, was ist die kürzestmögliche Distanz. Zu dieser Menge von diesem Punkt aus. So, das ist a priori überhaupt erstmal nicht klar, existiert sowas. Was sind die Anforderungen an Mengen, wo das gilt, wie sieht das Ding aus und wie kann man das eventuell darstellen. Und da wird uns in Hilberträumen der große Gefallen getan, dass wir hier zeigen können, dass solche Proxima existieren. Und das werden wir später dann auch brauchen, weil wir damit dann ein bisschen, ja ich sag mal ein bisschen, ein bisschen mehr zeigen können und das einfach für so ein paar Hilfsresultate auch verwenden können. Also das verbirgt sich unter diesem Existenz von Proxima. Ihr könnt ja übrigens auch schon in das Skript reingucken, das ist ja schon vollständig. Das heißt, falls euch das schon interessiert, ist glaube ich Satz 1.8. Genau, das rundet dann erstmal diese Skalarproduktbetrachtung an, bevor wir dann in Kapitel 2 uns anschauen mit dem Konzept der Orthogonalität. Ja, denn wer sich an die lineare Algebra erinnert, der weiß ja irgendwie, also Vektoren sind ja orthogonal, wenn das euclidische Skalarprodukt 0 ist. Jetzt ist es relativ egal, ob das das euclidische Skalarprodukt ist oder ob wir Vektoren im Rn betrachten oder im R2 in dem Spezialfall, weil da werden die wesentlichen Ideen deutlich. Das heißt, wir können quasi dieses Skalarprodukt gleich 0 zu einer Definition von Orthogonalität erheben und können uns dann allgemeiner in Hilberträumen den Thematiken nähern, wie zum Beispiel, was ist denn jetzt der Orthogonalraum von einem Punkt oder von einem Vektor, was sind orthogonale Projektionen in einem Hilbertraum und insbesondere, wenn wir damit dann diesen Darstellungssatz von Précheries beweisen und der ist dahingehend spannend, als dass der sehr mächtig ist in der Auswirkung, wie man ihn benutzen kann. Der sagt nämlich sinngemäß aus, wenn wir einen Hilbertraum haben und eine Abbildung von dem Hilbertraum in seinen Dualraum, eine konkrete, die werden wir im Laufe des Kurses kennenlernen, dann ist diese Abbildung bijektiv und eine Isometrie auf den Dualraum. Das heißt, wir können H und H' mit einer Isometrie miteinander identifizieren und das kann man sehr, sehr häufig benutzen, gerade wenn wir hinterher noch lernen, dass Hilberträume sogar noch stärkere Eigenschaften haben. Da kommen wir gleich zu. Also das hier an der Stelle mal so als Vorschau. Wenn wir den dann haben oder das Komplex Orthogonalität haben, dann können wir uns jetzt ein bisschen wie in der linearen Algebra auch fragen, na gut, was passiert denn, wenn ich jetzt so Autonormalsysteme habe, also Systeme von paarweise orthogonalen Elementen bzw. Vektoren. Und die Definition wird uns keinerlei mehr Aufwand abverlangen, weil wir haben ja in Hilberträumen eine Norm und wir haben dann einen Orthogonalitätsbegriff. Das heißt, wir können alles abpinnen, was wir aus der linearen Algebra kennen an der Definition. Schwierig wird es nur, wenn wir uns jetzt fragen, was passiert, wenn wir mal überabzählbare Autonomalsysteme haben. Aber auch da wird uns dieses Kapitel eine Antwort darauf geben. Das wird ein bisschen technischer, weil mit Überabzählbarkeit muss man halt immer ein bisschen aufpassen. Aber auch da werden wir uns erfolgreich durchwuseln. Dann lösen wir, nachdem wir das hier kennengelernt haben, die sogenannte Gauss'sche Approximationsaufgabe. Das heißt, wir gucken, wie kann ich ein gegebenes Element mit gegebenen Elementen eines Autonomalsystems möglichst gut approximieren. Wir wissen auch wieder aus der linearen Algebra, wenn ich eine Basis habe eines Vektorraums, kann ich jedes Element als Linearkombination dieser Basisvektoren ausdrücken. So, jetzt haben wir hier nur ein Orthonormal-System erstmal. Das heißt, wir haben nicht unbedingt diese Basiseigenschaft, aber wir versuchen zu approximieren möglichst gut. Und wir werden sehen, diese Approximation führt auf exakt natürliche Art und Weise auf die Fourier-Entwicklung in Hilberträumen. Also wir können jeden Vektor in eine sogenannte Fourier-Entwicklung schubsen. Und diese Fourier-Entwicklung heißt jetzt nicht aus Spaß Fourier, sondern man kann tatsächlich sich überlegen, dass, wenn man jetzt als Hilbert-Raum den L2 nimmt, man zum Beispiel sämtliche Resultate, die wir in der Approximation mit Fourier-Reihenkurs gemacht haben, in diese Hilbert-Raum-Sprache übersetzen kann. Das wird auch irgendwo einmal explizit aufgeschrieben. Genau, also Fourier-Entwicklung haben wir. Und wo wir dann dabei sind, werden wir dann an der Stelle die besselsche Un- bzw. die besselsche Gleichung rausholen. Das sind halt sehr nützliche Resultate, die halt gewisse Gleichheiten von Normen in Hilberträumen garantieren oder eine allgemeine Abschätzung. Ja, und das sind halt gute Dinger. Und die werden wir dann halt auch auf überabzählbare Orthonormalsysteme noch erweitern. Das wird, wie gesagt, ein bisschen technisch, weil da muss man sich mit der Konvergenz von Reihen über beliebigen Indexmengen auseinandersetzen. Das ist halt ein bisschen fummelig, aber geht auch auf. Und dann werden wir die Projektionen, die wir im Kapitel vorher eingeführt haben, hier auf Orthonormalsysteme loslassen und sehen, ja, okay, die sind miteinander verknüpft. Und insbesondere werden wir sehen, das, was ich gerade gesagt habe, wenn wir einen Vektor im Endlichdimensionalen nach einer Orthonormalbasis entwickeln, dann machen wir gerade Endlichdimensionale Fourier-Entwicklung im Hilbertraum Rn. Na, das wird so ein bisschen das Resultat sein, was hinterher aus dieser ganzen Theorie rauspurzelt. Soll heißen, das, was ihr hier sehen werdet, ist im Optimalfall nichts Neues, aber halt Anwendung dessen, was wir schon kennen, auf neue Gefilde, was ja auch immer nett ist. Dann kommen wir in Kapitel 4 zu Hilbertbasen oder auch genannt vollständige Orthonormalsysteme. Und das sind dann tatsächlich Systeme, in denen ich wieder jeden Vektor in so eine Linearkombination schubsen kann. Nur, meine Linearkombination besteht im Zweifel auch mal aus überabzählbar vielen Elementen. Das kennen wir noch nicht aus der linearen Algebra, da sind es immer schön Endlich viele. Und dann werden wir halt zeigen, jeder Hilbertraum besitzt zum Beispiel eine solche Basis. Das ist ja auch a priori erstmal überhaupt nicht klar. Das ist dann ja so ein Lämmer-von-Zorn-Argument. Und dann werden wir sehen, wenn wir eine Hilbertbasis haben, dann können wir sogar noch eine Verschärfung der Bessel'schen Ungleichung kriegen, nämlich die Pasewald'sche Gleichung. Das ist halt einfach noch eine Gleichung, die gilt dann in diesem Spezialfall, die macht einem das Leben häufig einfacher. Dann werden wir uns tatsächlich mit dem Spezialfall beschäftigen des L2-Raums, also des Groß-L2 von 0,2 Pi. Und werden dann eine schöne Anwendung des Weierstrasschen Approximationssatzes wieder kennenlernen an der Stelle. Das ist deswegen interessante Beispiele. Und diesen Weierstrasschen Approximationssatz kennen wir ja jetzt zum Beispiel aus AMF. Und das rundet dann hier an dieser Stelle die Betrachtung dieser Hilbertbasen ab. Und wir können uns dann im weiteren Verlauf damit beschäftigen, wie können wir denn Hilberträume charakterisieren. Der erste Punkt, den wir haben, jeder Hilbertraum ist isometrisch zu seinem Dualraum. Das habe ich vorhin schon angerissen. Dann, hier steht reflexive Hilberträume, werden wir tatsächlich zeigen, dass jeder Hilbertraum reflexiv ist. Gut, dafür müssen wir erstmal definieren, was ein reflexiver Raum ist. Das ist aber relativ einfach. Da muss man nur eine Einbettung für kennen in dem Bidualraum. Und wenn wir dann diese reflexiven Hilberträume haben, was ja eine spannende Eigenschaft von Räumen an sich ist, und hier haben wir eine ganze Klasse von Räumen, die das automatisch erfüllt, werden wir uns den Begriff der Hilbertraumdimension angucken. Denn es gilt auch wieder, wenn wir eine Hilbertbasis fixiert haben oder gefunden haben, dann ist jede weitere Hilbertbasis gleichmächtig zu dieser Basis. Und diese Mächtigkeit, die dabei entsteht, die nennen wir Hilbertraumdimension. Das heißt, es kann jetzt nicht plötzlich so zu Anomalinen kommen, dass wir zwei Basen finden mit unterschiedlich vielen Elementen. Weil das würde ja auch problematisch werden. Und insbesondere, und das ist dieser Charakterisierungssatz für Hilberträume, können wir aus dieser Hilbertraumdimension, aus der Wohldefiniertheit dieses Dingens, folgern, dass jeder Hilbertraum isometrisch isomorph ist zu einem geeigneten Klein-L2-Raum über einer Indexmenge a. Und dann kriegen wir noch so Spezialfälle raus, wenn der Hilbertraum zusätzlich noch separabel ist. Weil dann ist jede Hilbertbasis automatisch abzählbar. Und dann können wir zum Beispiel zeigen, dass der Groß-L2 von 0,1 isometrisch isomorph ist zum Klein-L2. Also der große L2-Raum ist isometrisch isomorph zum Folgenraum. Das ist auch spannend. Liegt halt daran, dass der separabel ist. So, dann haben wir schon mal einen relativ großen Anlaufsatz gehabt. Da würde ich sagen, sind wir hier so an der Hälfte des Kurses inhaltlich. Jetzt kommt so ein Füller-Kapitel, weil wir brauchen so ein paar Aussagen zu sogenannten dualen Operatoren, damit wir den Rest dieser Operatoren, die dann kommen, sinnvoll definieren und motivieren können. Und deswegen schieben wir das hier mit Kapitel 6 ein. Und man kann duale Operatoren tatsächlich motivieren, indem man auch da wieder auf die lineare Algebra zurückgeht und sagt, ja gut, wir kennen sowas wie adjungierte Matrizen. Also irgendwie, ich kann das mal versuchen zu schreiben, das wird allerdings jetzt ein bisschen prickelig, weil ich nicht mehr auf dem Grafiktablet arbeite gerade. Also wir haben zum Beispiel sowas hier, wir haben irgendwie so eine Matrix A. Wir lassen die wirken auf einem Vektor X und gucken uns das Skalarprodukt an mit einem anderen Vektor Y im Rm. Und dann wissen wir, es gibt eine eindeutige adjungierte Matrix, sodass das hier das Gleiche ist, wie das Skalarprodukt von diesem Vektor X hier vorne mit der adjungierten Matrix, die nennt wir A-Stern, angewendet auf das Y hier hinten, aber dann im Rn. äh, C-N, Entschuldigung. Also das ist sozusagen die charakterisierende Gleichung. So, und jetzt ist es so, kann ich noch die Farbe ändern? Nee, okay, dann machen wir auch so. Dass man, ups, nein, ich möchte nicht, dass das mein Ding an so sitzt. Jetzt können wir das natürlich hier auch durch einen Operator ersetzen. Matrix ist ja im Prinzip ein endlich-dimensionaler Operator. Und dann haben wir eine Bedingungsgleichung, wenn wir jetzt hier halt irgendwie noch geeignete Skalarprodukte auf Hilberträumen hinschreiben. Jetzt ist es allerdings so, dass man so einen Operator in Hilberträumen konstruiert, indem man den dualen Operator auf Banachräumen nimmt. Und deswegen brauchen wir hier halt ein bisschen Vorlauf von dualen Operatoren, werden diese aber motivieren mit adjungierten Matrizen. Und dann werden wir die halt konstruieren. Das ist an sich, kann man aus diesen Dualitätsargumenten und diesen dualen Operatoren wieder einen eigenen Kurs für sich schneiden. für uns dienen, die aber einfach nur als Mittel zum Zweck, dass wir dann im nächsten Kapitel, nämlich in dem Siebener, dann hier tatsächlich diese adjungierten Operatoren hinstellen können. So, die werden wir Vermöge dieser dualen Operatoren konstruieren. Dann werden wir Rechenregeln dafür kennenlernen. Und mit diesen Rechenregeln können wir uns ein ganz interessantes Beispiel angucken. Zum Beispiel kann man im Prinzip auch jeden Operator zwischen zwei Hilbert-Räumen charakterisieren, indem man sie auf Hilbert-Basen festlegt. Auf die Art und Weise kann man jeden Vektor dann entsprechend in eine Fourier-Entwicklung schubsen und hat dann Operatoren wieder eindeutig durch die Bilder identifiziert. Und das ist ja sowas ähnliches, was wir aus der linearen Algebra kennen, wenn wir irgendwie zum Beispiel Basiswechselmatrizen uns angeguckt haben. Das waren ja immer die Einträge, die hinterher rauskamen. In den Spalten waren die Bilder von Basisvektoren. Und das werden wir hier ähnlich sehen. Genau. Und dann werden wir diese adjungierten Operatoren mit orthogonalen Projektionen als Operatoren in Verbindung setzen und damit wieder die Brücke schlagen zu Kapitel 2. Ja, also das schließt sich ja alles wieder an. Wenn wir jetzt diese adjungierten Operatoren haben, dann können wir Operatorenklassen definieren, die spannend sind. Nämlich im Wesentlichen drei Stück. Nämlich selbstadjungierte, normale und unitäre Operatoren. Die werden wir dann auch alle in einzelnen Kapiteln durchdiskutieren und damit den Kurs dann abrunden. Wir betrachten in Kapitel 8 jetzt natürlich auch viele Beispiele, um erstmal mit diesen Begriffen wahrn zu werden. Selbstadjungiert heißt erstmal nichts anderes, als der adjungierte Operator ist wieder T selber. Das heißt, es geht nur dann, wenn ich irgendwie auf dem gleichen Hilbertraum arbeite, also wenn ich irgendeinen T habe, von H nach H. Normale Operatoren heißt, wenn ich T und T-Stern miteinander verkette, ist die Reihenfolge egal. Das heißt, T-Stern T ist gleich T T-Stern im definierten Sinne. Und unitär als Operator heißt so ein Operator, wenn T nach T-Stern und T-Stern nach T jeweils die entsprechende Identität ergeben auf den Hilberträumen, wo sie definiert sind. Und das sind Spezialklassen, die halt wirklich wichtige Eigenschaften haben und die wichtige Rollen erfüllen. Also unitäre Operatoren zum Beispiel erfüllen partielle Differenzialgleichungen im Sinne von Cauchy-Problemen. Also die lösen partielle Differenzialgleichungen in einem gewissen Sinne. Falls euch das interessiert, könnt ihr mal in meine Masterarbeit reinlesen. Normale Operatoren zum Beispiel sind eine Vorstufe von kompakten Operatoren. Selbstadjungierte Operatoren sind halt in der Theorie der partielle Differenzialgleichungen wieder wichtig. Also das sind tatsächlich spezielle Operatorenklassen, die wichtige praktische Anwendungsbeispiele füttern. Wir machen das jetzt auch in dieser Reihenfolge, die hier steht, und fangen mit selbstadjungierten Operatoren in Kapitel 9 an und werden da einen Satz kennenlernen, den wir aus der GFA schon kennen, nämlich den Satz von Hellinger-Töplitz. Wenn wir einen symmetrischen Operator haben, das war die Bezeichnung, wie wir es damals in der GFA hingeschrieben haben, dann gilt was. So, symmetrisch ist einfach nur eine andere Bezeichnung für selbstadjungiert und reellwertig. Und der Satz von Hellinger-Töplitz kann man aber auch in nicht-reellwertigen, also in komplexwertigen Überträumen zeigen. Und das werden wir hier an dieser Stelle tun, weil der Beweis relativ ähnlich läuft. Ja, dann werden wir noch Charakterisierungen kennenlernen für Selbstadjungiertheit. Wir werden uns die quadratische Form eines Operators angucken und damit die Polarformeln rausziehen. Das hat jetzt weniger was mit Adjugierten zu tun, aber da werden wir halt sehen, mit diesen Polarformeln können wir wieder nette Charakterisierungen eines selbstadjungierten Operators schreiben. Insbesondere kriegen wir eine schöne Darstellung der Operatornorm für einen selbstadjungierten Operator, weil da müssen wir uns nur gewisse reellwertige Skalarprodukte angucken, nämlich die von tx mit x. Ja, und auf die eine Weise werden wir hier Eigenschaften dieser selbstadjungierten Operatoren kennenlernen. Und dann werden wir uns noch Eindeutigkeitssätze angucken, also was muss ich fordern, damit ich Schlussfolgern kann, dass mein Operator t identisch 0 ist, also der 0-Operator ist. Ja, so ein bisschen diese alte Problemstellung, was muss ich zum Beispiel an eine Funktion fordern, dass sie identisch 0 verschwindet. Wir wissen aus der Funktionentheorie, Leo will, da geht es einfacher als jetzt im Reellen, da muss man nämlich ein bisschen mehr machen, weil reelle Funktionen nicht so starr sind wie Holomauf-Funktionen. So, und das Gleiche kann man hier halt eben auch für Operatoren machen und wird feststellen, ja, also bei selbstadjungierten kriegt man da was raus. Für normale Operatoren werden wir uns dann auch Charakterisierungen angucken, denn wir werden sehen, bei normalen Operatoren kann man sowas machen wie, es ist egal, ob ich t oder t Sterne in Skalarprodukt jage. Also Skalarprodukt txty ist gleich das Skalarprodukt tsternxtsterny und so weiter und so fort. Dann werden wir uns angucken, wie sehen bei normalen Operatoren die Bilder und die Kerne aus. Wir können nämlich Kerne und Bilder miteinander verheiraten über die adjungierten Operatoren, da gibt es Gleichheiten. Und die sind lustig, wenn man gewisse Gleichungen lösen möchte, da hat man nämlich plötzlich Aussagen, die man vorher gar nicht zur Verfügung hatte. Und dann werden wir die Verbindung schlagen zu GFA wieder und gucken uns an, okay, wie kann ich denn diese normalen Operatoren mit Spektraltheorie verbinden, auch wenn da Verdingen steht. Und wir werden rausfinden, na gut, wenn wir einen linearen Operator haben auf dem Hilbertraum, dann ist die Norm, die Operatornorm dieses Operators einfach sein Spektralradius. Auch spannend. Spektraltheorie werden wir uns sowieso irgendwann noch mal gesondert angucken, aber nicht in diesem Kurs. Und dann runden wir das Ganze ab mit unitären Operatoren. Auch da werden wir ja Charakterisierungen kennenlernen, weil wir brauchen die halt, um halt irgendwas damit zu machen. Ja, in dem Fall werden wir halt sehen, ein Operator ist halt genau dann unitär, wenn es ein isometrischer Isomorphismus ist. Das ist auch auf den ersten Blick jetzt nicht so wahnsinnig klar. Dann werden wir als Anwendung die Evolution physikalischer Systeme anschauen. Das ist wieder näher dran, an dem, was ich gerade erzählt habe, zu meiner Masterarbeit. Wir haben halt irgendwie so eine Halbgruppeneigenschaft. Das heißt, wir haben irgendwie sinnvolle Rahmenbedingungen, dass halt irgendwie U von 0 ein Initialzustand ist, der mit der Identität beschrieben wird und dass U von T plus S sich verketten lässt als U von T nach U von S. Das ist halt physikalisch ganz sinnvoll. Dann diskretisiert man das ganz zahlig und dann kriegt man plötzlich Potenzen raus von Operatoren, also hintereinander Verkettungen von Operatoren und dann kann man sich überlegen, ja gut, wenn man das jetzt irgendwie langfristig laufen lässt, was passiert dann? Und da werden wir einen sogenannten Ergodensatz zeigen. Ich habe den jetzt im Skript eher als Evolutionssatz bezeichnet, weil es beschreibt die Evolution eines Systems ganz gut, aber Ergodensatz ist das, was man häufiger in der Literatur findet. Und da sieht man dann halt, ja okay, wenn ich einen unitären Operator habe, dann kann ich im Grenzwert dieser Operator- hintereinander Anwendung, also dieser Evolution des Systems, kann ich auf den Eigenraum projizieren zum Eigenwert 1. Das sieht man auch auf den ersten Blick nicht. Das ist auch ein überraschendes Ergebnis. Und mit dieser Anwendung schließen wir dann diese Einführungsthematik und sind dann beim Skript von 43 Seiten. Das heißt, da ist schon viel Futter hinter. Nachdem wir jetzt wissen, was kommt in diesem Kurs, will ich euch noch kurz sagen, was braucht ihr für diesen Kurs oder was glaube ich, dass ihr für diesen Kurs brauchen könntet. Gute Kenntnisse in Analysis, das sollte jetzt keinen mehr überraschen bei meinem Kanal Content, weil wir halt viel mit Abschätzungen rumarbeiten werden. Wir werden viel mit Tricks der Analysis rumarbeiten und wir werden natürlich wie immer die Terminologie der Analysis nutzen. Ich habe es gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, lineare Algebra ist hier von Vorteil, weil wir viel Motivation aus der linearen Algebra ziehen, warum wir überhaupt Dinge betrachten. Und natürlich, weil wir ständig darauf verweisen werden und weil wir die Sachen brauchen, Funktionalanalyse, das müsst ihr mitbringen. Und zwar ungefähr das, was ich in meinen Grundlagen gemacht habe. Ansonsten natürlich jede Funktionalanalyse ist eins Vorlesung, die ihr mal irgendwann gehört habt. Sollte euch in die Lage versetzen, diesem Kurs folgen zu können oder macht diesen Kurs für euch obsolet, je nachdem, wie der Dozent euren Stoff dreht. Das ist bei Funktionalanalyse nicht ganz so klar. Da kann man ja in alle Richtungen beliebig fast reingehen. Gut, damit haben wir so einen kleinen Überblick gegeben. Demnächst startet der Kurs. Wenn ich das aufnehme, wahrscheinlich eine Woche später ungefähr. Und dann sind wir hier an dieser Stelle erstmal fertig. Danke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich drauf. Bleibt dran. Vielleicht macht es euch auch ein bisschen Spaß. In dem Sinne, macht es gut und tschüss.